so leute und da sind wir wieder bei kirby's adventure wii ja in der letzten aufnahme ist ein bisschen zeit für uns lande gezogen weil es gab einige probleme mit meinem grabber die sind heute leider immer noch nicht ganz gelöst das heißt mein peter schützt immer wieder mal ein bisschen ab ein bisschen ist gut ich muss alle zehn minuten aber ich habe jetzt durch den tipp vom kumpel mal was versucht und ich hoffe es ist alles in ordnung so naja wird schon sein gut hier haben wir glaube ich fast alles nur der boss wartet auf uns oder level 5 hier kommt sicher der boss das sieht so noch boss aus selbst los möchte ich mal auf meine uhr schauen so gut alles klar und komm her chili ich habe voll vergessen dass mir fähigkeiten hat weil ich habe es zu viel mag ist gar gezogen hat mir keine fähigkeit wir dürfen uns den weg ausrufen auch cool geister war dies ja links links kommt von herzen schlüssel muss das system was richtig ist nichts gehalten ich freue mich mal aufzunehmen ich habe so lange aufgenommen dass ich schon nicht bewusst ist mein gott ja ich habe es privat ein bisschen zu viel zeller gezockt ist aber ein neues was sie so aus wo die kurke ja rennen wenn man Oh, Waddley ist BOOM, wenn ich DUM BOOM, aber das habe ich mir nicht getan. Böse Waddley. Und Puff! Du, 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 du! Ähm, bist du ein Ninja? Hm. Das ist wenn du ein Ninja bist. Kämpfe ist cooler! BAM! Wenn ich DUM tot. Hm. Ich weiß, hier unten ist irgendwann mal was. Ähm, eine Kanone. WAH! NEIN! Nein! Ich bin doof! Ähm. Toll. Ich habe vergessen, dass ich nicht rennen muss, wenn ich eins drücke. Hm, ich renne, wenn ich... Ah. So kommt er. Ich bring mir zwar nichts, aber... Ich habe Hunger. So, komm her Ninja. Komm her. Ah, das ist Speer. So. Okay. Auch gut. Speer mag ich auch. Gut. Dann muss ich jetzt... W-w-w-warten! Oh mein Gott! Curry! Geh doch nicht so schnell! Ich wette, ich brauche für irgendwas... Aber... Für irgendwas... Ah, Hilfe! Brauche ich Bombe! Ah, geh weg! Geh weg! Geh weg, du Kleiner! Schnell rüber! Schnell rüber! Na! Oh! Geschafft! Hä? Was brauche ich hier? Bitteschön! Ah! Hilfe! Komm! Komm rennen! Nein! Aua! Meine Fähigkeit! Meine Fähigkeit! Komm her! Oh! Ähm... Wo war hier? Ah, hier war die Tür. Schnell runter, runter! Boah, hier sind wir zu viele... Let me spiel! Kann ich... Kann ich die Kanone nochmal kriegen? Boah! Geh weg! Schnitzel! Schnitzel! Komm her! Bam! Durchgestochen! Rennen! So komm, ich will die Kanone nochmal kriegen! Hau! Schnau! Bam! Schnell! Hohohohohohohohohohohh! Jaaaah! Ah... Nicht aufregen! Nicht aufregen! Das ist lieber eine Fähigkeit! Ach, du bist Bienen! Schön zu wissen, dass es hier auch Bienen gibt! So, Vernichtung! Und Vernichtung! Nein! Ah! Körbich fliegt! die musik ist geil ich habe am ende die musik hier in game oh mein gott und rutsche bis auf diesen blöden eis schneller 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 da macht man ein bisschen hin hier macht mal ein bisschen hin hier nein wir warten wir haben die schaden zu machen es sei so wie mag ich im gar machen keinen schaden schnell alles muss kaputt gemacht werden schneller jawohl zauber zahnrad aus nummer eins und neben ich habe genug für verpasst um ein leben zu bekommen sind die noch sterne drinnen langes level so ich habe mal auf ich dachte ich würde ich würde feuerkugel machen würde mein körper ist nicht würde ich bin würde was bist du hier was bist du bist gar nicht ha wusste ich doch auch feuer ja toll gut natürlich ein bisschen beeilen gut alles klärle so schnell komm nein nein was zum wo muss ich denn lang ach komm ich war doch was mich ja so ein zauberzahnrad machen muss naja wie gesagt ich will dieses spiel auf 100 prozent haben also nicht motzen bringt dir eh nix na schneller na man ouch mir wurde ja auch schon von einem kumpel gespoilert danke las dass es hier womöglich einen ähm secret boss geben soll wenn man komplett hat zuerst das ganze spiel komplett ja toll gut oben komme ich nicht schnell rüber zuerst der feuerball nicht gut aber ob es ein secret boss wirklich gibt oder ob er mich auch noch verarscht hat pff lass mir das zug trauen geh weg was du äh kirby mach mal ein feuer mach mal ein bisschen feuer hier ja äh verreckt verrecke wahlvoll wieso nehme ich dann immer die süßen spiele wie yoshi und körper auch wenn ich schlechte laune habe ich denke immer das spiel macht dann wieder gute laune aber ne leider ist es so nicht gut aha schnell oh man ich dreh hier gleich durch diese scheiß steuerung hier ich drücke zwei mal nach rechts rennt er nö ich hab gleich keinen bock mehr ernsthaft so komm geht doch so rüber 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 geht doch danke nummer zwei nummer zwei gut lass mich raten letzten zwei sind wir den sphärenspook und ich habe äh bei einem anderen let's play von kirby erfahren dass äh man diese dieser sphärenspook wählt das schwarze nichts da rechts äh oder links mit sternen zurückschleudern kann habe ich gehört ob das stimmt kann ich auch ausprobieren die musik ist so geil da werde ich gar nicht wieder happy das machen diese doofen katzenköpfe da unten ne geh geh weg ich besiege feuer mit feuer äh du gehst auch weg geröstet ah hilfe oh mein gott geh weg du feuerspuk oh man ey so rüber ach so ach so die werden wütend wenn ich den schlüssel in der hand habe gut zu wissen so spät ouch wenn ich so zu dürfen aber ich brauche mal ein bisschen snack action kuchen lecker oh oh zum Glück bin ich feuer jetzt hier brauche ich feuer äh ah gerätse ok erinnert mich jetzt an magisches geh weg geh weg geh weg junge geh weg ich hatte einen scheißtag also äh hilfisch nehmen aua aua nein mein feuer mein feuer feuer leckt mich doch ja kuchen lecker schön kühler kuchen ich habe vergessen ich kann nicht fliegen ach nee ja weh wenn da feuer äh wenn da ein zauberzahnrad ist und ich benötige feuer und ich habe kein feuer mehr und ich bezweifle dass ich die kerte dafür benutzen kann ja hier wären so viele sterne gewesen blah hilfe ah ah warte ah warum ich so komm her so und los geht's jams 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 so wir warten wieder schnee machen hier und schalter wieder sternies die mir leben geben yes und rüber rennen so meine frage kann ich das nicht äh was was zum na gut die kerze ist aufs feuer also von daher müsste sie eigentlich klappen mit der kerze äh äh brauche ich dich chili ich brauche dich chili ich brauche dich chili ja hm 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 hier ist keine Sphärenwelt Oh, Moment, ich will noch Eis haben Eis Eis, Eis, Eis Achso, da war hier eine zweite Kerze weil man die anderen verlieren wird So Hier noch alles schnell wegbörnen Perfekt So, und Schalter Ah, Hilfe, ich muss hier aufpassen Ich kann nicht fliegen Wieso könnte ich nicht so süß sein wie in den Siegenskirchen in den Epigian Oder in Ophiele LeVenture Auf meiner Game Verpackung steht Ja, ich habe sie ja französisch gekauft Warum? Ja, sie war so sportbillig Und ist ja eigentlich auch egal Okay, man spürst du Ach nee, diese blöden Katzen erinnert mich Irgendwie an diese blöden Masken aus Super Mario Bros. 2 Böldens oder rechts und links Und dann sind sie wieder normal Jawoll, warte Jawoll Und rennen, yeah! Kirby gleitet Er gleitet Er gleitet Wundervoll Wie ein Schmetterling im Wind Okay, ein bisschen zu süßig hier Bonus-Sprung! Und Wohoo! Yeah! Platz 1 Oh mein Gott, ich dance hier ab Oh mein Gott, ich dance hier ab Ole, 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 wohoo! Und? Ah, das bringt mir kein Leben mehr Schade So, auf zum Boss Und? Boom! Lass uns raten, ein riesiger Schneemann ist der Boss Hab ich recht Hab ich recht? Ja! Ja!